Sascha Banks mit Abschiedsgedanken Dave Meltzer zufolge habe Sascha Banks am Wrestlemania Wochenende mit dem Gedanken gespielt, die WWE zu verlassen. Grund dafür war die Entscheidung, ihr und Bayley den neu angeführten WWE Women's Tag Team Titel wieder abzunehmen und ihn an die Iconics weiterzureichen. Banks selbst wollte den Titel zunächst mit Bayley etablieren und war mit der Entscheidung, diesen abzugeben, mehr als unzufrieden. So soll sie befürchten, dass der Titel keinen hohen Stellenwert bekommen wird. Dass sie die Titel verlieren werden, sollen Banks und Bayley erst kurz vor Wrestlemania erfahren haben. Angeblich waren beide sehr geschockt, da sie nicht damit gerechnet hatten, die Titel so schnell wieder abzugeben. Die Offiziellen der WWE rieten Banks, die Entscheidung noch einmal zu überdenken und ein paar Wochen abzuwarten. Auch Bayley sei am Mania Wochenende sehr frustriert gewesen. Auf Twitter machten sich indes direkt Gerüchte breit, nach denen Sascha Banks einen Wechsel zu All Elite Wrestling anstreben könnte. Dies ist jedoch reine Spekulation. Tyler Breeze deutet derzeit einen Return zu NXT auf seinem Twitter Account an. Zunächst vermeldete er, er wolle den NXT North American Championship Titel. Anschließend startete er eine Umfrage und wollte wissen, gegen welchen Gegner er bei NXT antreten solle. Unter diesen Möglichkeiten war auch ein Velveteen Dream vorhanden. Ob die Twitter-Posts einen Bezug zur zukünftigen Planung für Tyler Breeze haben, ist nicht bekannt. Bobby Lashley teest Rückkehr ins MMA-Geschehen an. In einem Interview verriet Lashley, dass er bald wieder ins Oktagon steigen möchte. Sein Körper sei bei 100% und möglicherweise könnte er bald schon wieder antreten. Er steht laut eigener Aussagen noch unter Vertrag bei Bellator. Und möglicherweise ist es nach dem Summerslam wieder soweit. Ob er dafür die WWE verlässt oder nur eine Auszeit nimmt, steht allerdings nicht fest. Big E verletzt The New Day-Mitglied Big E hat sich am Meniskus verletzt und muss sich einer Operation unterziehen. Er wird voraussichtlich mindestens 6 Wochen ausfallen. Johnny Gargano und Adam Cole mit Meilenstein Dave Meltzer, der bekannteste Wrestling-Journalist der Welt, vergab erstmals für ein Match unter dem WWE-Banner mehr als 5 Sterne. Der Main Event von NXT TakeOver New York erhielt von Meltzer 5,5 Sterne und ist damit das bestbewertetste WWE-Match aller Zeiten.